Herzlich Willkommen bei Andreas Dienbacher, Persontrainer aus Karlsruhe und Herz & Fitness Store in Karlsruhe, dem Fitnessfachgeschäft zum Thema Kartotraining und Funktionales Krafttraining. Heute stelle ich Ihnen vor die Kabelzug-Variante Krafttrainingstation der Firma Philo Maximum. Ich habe die seit kurzem bei mir in meinem Persontrainingsbereich im Einsatz und bin jetzt schon circa vier Wochen dran, habe zwei Maschinen der Firma Maximum Philo und heute führe ich diese Station, die FT1, vor. Die FT1 besteht aus zwei Kabelzügen, das heißt ich kann natürlich hier bilateral trainieren, das heißt jede Seite muss für sich arbeiten, die starke Seite wird nicht nur belastet, beziehungsweise die schwache Trainingsseite, die schwache muskuläre Seite wird nicht unterbelastet, somit muss jede Seite für sich arbeiten. Wenn man sich auskennt, hat man die Möglichkeiten, zig verschiedene Übungen für den Bizeps, für ein Trizeps, für die Schulter, für den Brust, für die Bauchmuskulatur, für die Rückenmuskulatur, für die Beinmuskulatur und für die Promuskulatur zu trainieren. Ich zeige mir alles, was man machen kann. Und zwar haben wir hier die Höhenverstellung, das heißt ich habe hier die Möglichkeit, das Gerät innerhalb von wenigen Sekunden auf die Höhe einzustellen. Ich habe hier hinten mein Equipment fürs Training und somit kann ich natürlich anhand von dem Equipment verschiedene Übungen ausführen. Wir fangen mal an mit der kleinen Muskelkugel, mit Bizeps, Bizeps und Schultern. Und so haben wir hier einmal das Trizepsseil und jetzt habe ich die Möglichkeit, mit dem Trizepsseil hier Trizeps drücken. Hier oben lässt sich bewegen, somit kann ich natürlich verschiedene Stellungen einnehmen. Einmal Trizeps drücken, Basic oder auch möglich Kickbacks-Variante am Kabelzug oder Kickbacks-Variante kleinarmig, Zugschräg von oben oder die waagerechte Zugvariante oder auch rechtschräg von oben oder genauso möglich die Variante Beidarmig über Kopf, genauso wie die Variante hinter dem Kopf. So mache ich allein schon für den Trizeps zig verschiedene Varianten, wie ich ihn hier an der Maschine trainieren kann. Zusätzlich natürlich möglich mit dem Einhandgriff, Einhandgriff und, beziehungsweise besser sichtbar, Einhandgriff, Umkehrgriff, Trizeps drücken oder natürlich auch die Variante im Obergriff. Genauso natürlich mit dem Einhandgriff, mit dem Einhandgriff, Zugvariante und auch hier nochmal zusätzlich verschiedene Möglichkeiten, das Gerät auszuführen mit dem Einhandgriff. Das waren Trizeps-Varianten, natürlich genauso möglich. Hier haben wir nochmal das nächste Eklikband. Zweite Seite sind Bergen. Jetzt hängen wir hier ganz einfach die SZ-Stange ein. Jetzt habe ich die Möglichkeit mit der SZ-Stange. Natürlich auch hier, das haben wir gleich einstellen. Und jetzt hat man die Möglichkeit natürlich auch hier die Trizeps-Variante mit der SZ auszuführen. Muss man natürlich darauf achten, dass das Gleichgewicht beigehalten wird, weil hier natürlich jede Seite für sich arbeitet. Oder natürlich auch die Trizeps-Variante. Das ist eine Variante des Trizeps-Trainings ähnlich enges Bankdrücken. Da kann man aber mal da zwischendurch auch mal zoomen, damit man ein bisschen näher den Einblick drauf bekommt, was man alles machen kann. Das ist ja genauso natürlich möglich. Ich gehe mal ganz leicht. Da haben wir ja auch die Möglichkeit, das Ganze mit dem Durchgehenden Griff über den Kopf auszuführen. Und dann auch wieder die nächste Variante des Trizeps-Trainings. Hier kann man gleich übergehen zur nächsten Variante. Und zwar zum Bizeps-Trainings. Ich gehe hier nach unten. Genauso wie auf dieser Seite. Und schon habe ich hier die Möglichkeit, Spot-Curls auszuführen. Erste Variante für den Bizeps-Trainings. Erste Variante für den Bizeps-Trainings. Genau, natürlich kann man hier gleich wieder auswickeln. Perfekt, hier hinten. Das Ganze ist sofort aufgeräumt. Und das Gleiche natürlich auch an der Geradenstange mit. Das heißt, dass ich hier natürlich nochmal eine Bizeps-Trainings-Trainings-Trainings-Trainings-Trainings-Trainings-Trainings-Trainings-Trainings. Und das Ganze ohne Umkehrschwung ausführen. Ohne Umkehrschwung bedeutet exzentrischen Bewegungsanlauf. Kurz anhalten, frisch einleiten und Zielmuskel fokussieren. So, das wäre die Langhand-Variante. Auch hier bedingt durch die einfache Handhabung innerhalb von relativ kurzer Zeit aufgeräumt, umgebaut und schon kommen wir zur nächsten Variante. Nächste Variante, hier. Und schon habe ich die Möglichkeit, hier natürlich die nächste Bizeps-Variante auszuführen. Einarm in die Bizeps-Variante, runter bis zur Strecken kurz anhalten, frisch einleiten. Wir werden immer darauf achten, dass eine Range of Motion bleibt, die im Funktions-Variante des Muskels haben wir diese Variante. Natürlich auch möglich. Diese Variante für den Bizeps. Das ist genau so, wie die anderen. Das brauchen wir noch nachher nachher. Und die Reigen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, natürlich auch das Ganze in der Zug-Variante auszuführen. Völlig auch möglich. Abwechselnd. Oder natürlich auch in der Variante. Genauso wie gleichzeitig oder abwechselnd Kurzhangel-Curls. Genauso ist es möglich, das Ganze in Rotation auszuführen. Wie die Kurzhangel-Curls mit den Kurzhangel, bedingt durch den freien Bewegungsablauf, durch die Möglichkeit, das Ganze zu drehen, sind hier absolut keine Grenzen gesetzt. Auch so kann ich natürlich hier nach oben fahren. Ganz nach oben. Dann haben wir auch die Möglichkeit, hier die Bizeps-Variante auszuführen. Und somit natürlich mit sehr starker Konzentration auf den Rumpf, weil man das Gleichgewicht halten muss. Sollen wir mal andersrum. Gleich dazu. Übergehend von den Inzip-Übungen zur Brust-Übung. Und zwar zur Kabel-Zübung. Das natürlich in zig verschiedenen Varianten. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten durch die Höhn-Einstellung. So, darauf achten, dass beide Seiten gleich hoch eingestellt sind. Wir haben hier natürlich verschiedene Möglichkeiten, hier für die Brust die Kabel-Züge auszuführen. Verschiedene Zug-Variante natürlich genauso, wie die Möglichkeit habe. Hier die Druckvarianten auszuführen. Gerade ausgeführt über den Kurzhangel auf der Flachbank. Nur stehend. Natürlich sehr stark Rumpf optimiert. Das heißt, hier muss ich stabilisieren. Oder ich mache natürlich auch die Kurzhangel-Variante mit einer Drehung. Übung ist hier alles möglich. Zusätzlich kann ich natürlich noch, das ist nicht als Zubehör bei dieser Station mit dabei, habe ich diese Bank. Und habe jetzt die Möglichkeit, natürlich auch Übungen an der Bank auszuführen. Und somit kann ich hier Kabel-Züge auszuführen. Kabel-Züge auszuführen. Einmal in der Schrecken-Variante. Und das Gleiche ist mir natürlich auch möglich. Das Gleiche ist mir noch nicht möglich. Das Gleiche ist mir noch nicht möglich. Das Gleiche ist mir noch nicht möglich. Indem ich... Hier... Jetzt die nächste Position hier. Und das Ganze... Entweder... Klar... Fliegen, fast aufrecht sitzen, Kabel-Züge. Das Gleiche ist mir natürlich etwas mehr Konzentration auf die Brust. Weil ich nicht über die Ruppe stabilisieren muss. Weil ich natürlich hier mich anlehnen kann. Oder ich mache natürlich auch hier die Variante der Druckübung. Das heißt, in der Bewegung entweder gerade beim Windelkurzhandlauf der Flach- und Schreckbank. Oder natürlich auch im Bewegungsablauf mit einer Rotation. Somit sind auch hier für die Brust zig verschiedene Varianten möglich. Also unzählig viele Varianten. Allein schon durch die Höhenverstellung und somit kann ich in der Brustmuskelfaser verschiedene Akzente setzen. Das heißt, an den verschiedenen Brustmuskelfaserbündeln Akzente setzen. Dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, durch diese Anbauvariante, die Scott-Variante, natürlich das Gleiche für den Vizep, was ich vorher vorgeführt habe, kann ich natürlich auch hier mit der Scott-Variante den Vizep über diese Variante mit aufgelegten Oberarm zu trainieren. Und natürlich auch hier in der Rotation möglich. Warum? Weil der Kabelzug hier oben frei gelagert ist. Ich habe hier die Drehmöglichkeiten. Unten die Umlenkrollen sind frei beweglich. Und zumindest passen die sich den Bewegungsablauf an. Auch hier natürlich gab mir die Möglichkeit, das Ganze mit dem Einarmzug auszuführen. oder schnell mal Tuben gebaut. Also ich habe natürlich auch mit dem Einarmzug auf die S-Z-Wave gemacht. Und das Ganze mit den Einarmzug auf die Klosei geästet. Und somit habe ich natürlich hier die Möglichkeit, um den SZ zu arbeiten und somit habe ich jetzt hier nochmal eine Zugvariante Scott Curls mit der SZ mit Armauflage. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, über die Drehbank einmal bis 180 Grad. So, hier haben wir die Schnellversprechverstellung. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, die Bank auf ca. 30 oder 45 Grad einzustellen, je nachdem, wie ich es gerne hätte. Ich kann jetzt hier einmal die SZ rausnehmen und kann jetzt hier natürlich wieder mitten. Einhandgriffen arbeiten, einhängen und auch jetzt die Möglichkeit, hier mit verschiedenen Zugvarianten. Rückenmuskultur entweder leicht leicht schräg oder natürlich auch aufrecht sitzen mit Putzstütze oder besonders wertvoll natürlich frei stehen und somit wichtig für die Stützmustatur, wenn man natürlich hier im frei stehen entsprechend über den Rumpf stabilisieren muss. Das wären die verschiedenen Zugübungen, die ich natürlich auch in unterschiedlichen Höhlenverstellungen absolvieren kann. Eins so, eins tiefer und so gibt es auch die Schnellverstellung. Die Zugvarianten, die ich innerhalb von Sekundenschnelle umstellen kann und natürlich auch hier logischerweise kann jede Seite für sich arbeiten. Es wird nicht die starke Seite mehr belastet, sondern jede Seite muss für sich arbeiten. Bilaterales Training hervorragend, um muskuläre Disbalancen vorzuarbeiten. Ich habe hier noch die Möglichkeit, ganz klar, einmal verschiedene Schultervarianten. Das Seiteheben für die Seiteheben-Schultermustatur oder das Frontheben für die vordere Schultermustatur oder natürlich auch Butterfly Reverse kennt jeder. Wir können das natürlich auch hier an der Station machen, indem wir Kabelzug über Kreuz trainieren. Somit haben wir hier natürlich auch die Möglichkeit, innere Muskulatur, Schulterblattemuskulatur, Rotatorenmaschellen nicht vergessen. Auch hier perfekt möglich. Durch die Umlenkung habe ich natürlich auch hier die Möglichkeit, mit 2,5 Kilogramm Seitenweich zu verwenden, mit einem sehr schönen Drängendenverlauf. Also nicht wie bei vielen Maschinen, wo der Anfang sehr schwer ist, wo ich solche Übungen überhaupt nicht ausführen kann, sondern es ist eine perfekte Lösung. Und somit habe ich hier natürlich Ausrotation, ich habe hier die In-Rotation, ziemlich verschiedene Varianten, genauso wie die Variante. Einarmiges, vorgebeugtes Seite heben. Oder auch eine Möglichkeit, das Ganze über Kreuz zu trainieren. Zig verschiedene Möglichkeiten, hier auch zu Bein-Rotation, die ich bei anderen Geräten nicht die Möglichkeit habe. Hier ist möglich, bei der FT1 von Philomaxium, genauso wie es möglich ist hier, und was ich gleich noch zeige, verschiedene Klimmzüge auszuführen und natürlich auch Bein-Rotation und Boot-Rotation. Klippzüge, verschiedene Varianten. Ich habe hier einmal die sehr breite Griffvariante. Oder die Obergriffvariante in verschiedenen Breiten. Ich mache die normale, etwas Schulterbreite. Genauso wie natürlich die Griffvariante Parallelgriff. Oder, was auch möglich ist, klar, die Untergriffvariante. Und somit haben wir auch hier natürlich verschiedene Zugübungen, Körper-Klump-Skill-Zugübungen. Perfekt möglich durch die verschiedenen Griffvarianten. Und dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, an dem Gerät auf die Beine zu trainieren. Auch um die Kniebeuge kann man hier trainieren. So haben wir hier entsprechende Knieband. Nicht zu vergessen, was wir noch haben, das sind natürlich halbe Gewichte. Das heißt, denjenigen, der der Sprung zu groß ist, was die Gewichtsbelastung anbetrifft, mit einer Scheibe, der hat hier auch die Möglichkeit, durch diese kleinen Scheiben nur einen kleinen Sprung von 50% der Gewichtsbelastung zu machen. Und so ist es natürlich sehr besonders wertvoll für manche Übungen, für Bizeps, Bizeps oder auch für die Schultern, wo manchmal diese großen Sprünge nicht möglich sind. Aber das ist perfekt gelöst. Jetzt kommen wir zur Kniebeugevariante. Augen. Ich war überrascht, weil ich es so noch nicht kenne, aber es fühlt sich richtig gut an. Wir kennen das Ganze ja. Kniebeugevariante. Eines der wertvollsten Übungen im Kraftsport. Und die kann man natürlich auch hier an diesen Kabelzug aufführen. Ganz einfach hier mal rein. Das habe ich jetzt verdreht. So sollte es nicht sein. Darauf achten, dass es nicht verdreht ist. So. Einmal. Dann machen wir hier natürlich gleich mal ein bisschen mehr Gewicht drauf. Dann gehe ich jetzt hier den ganzen nach oben. Lenken wir das Ganze hier hinten über die Schultern. So habe ich eine schöne breite Angrifffläche. Anders mit Langhandeln. Da geht natürlich gleich ein Hochpunkt. Eher auf einer Stelle. Das kann ich nach unten einwachsen lassen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit hier mit dem eine perfekte Kniebeuge ausgeführt. Aber der Kniebeuge natürlich in zig verschiedenen Standvarianten. Oder auch wie schmale Hüftbräune. Kniebeuge, die Spitzen leicht nach außen, runter. Das Ganze kann man also ohne Umkehrschwung ausführen. Immer unter Belastung ausatmen. Oder, was auch möglich ist, der Ausfallschritt. Auch das ist hier möglich. Aber darauf achten, man muss hier immer sehr stark aufs Leitgenicht achten. Weil jede Seite für sich arbeitet. Somit Bewegungskoordinativ sehr anspruchsvoll. Wenn man fertig ist. Einlängen. Und schon haben wir ihn neu gemacht. So schnell geht das. Zusätzlich auch möglich. Nicht. Nicht zu vergessen. Hier haben wir noch was. Ganz leichtes Ding. Und. Perfekt. Fürs Tennis. Schlagübungen genauso. Wie natürlich. Einmal das hier. Schlagübungen versehen ist. Und. Für die Liebgottenspieler. Natürlich auch. Weniger. Und. Ganz klar. Perfekt. Für die Bauchmuskelzuwagende Rotation. Die natürlich in Kombination mit der Rückenmuskelzuarbeitet. Das war vielleicht hier die Möglichkeit auch. Die zu machen. Die sonst an keiner Trennstation möglich sind. Ich glaube ich habe fast alles gezeigt. An Übungen die es hier gibt. Mit allen Varianten die jetzt den Zeitrahmen sprengen würden. Komme ich hier. Auf über 80 verschiedene Zugübungen. Für zig verschiedene Muskeln. Bizeps, Trizeps, Schulter, Rücken, Bauch, Beine. Und. Das wollte ich auch sagen. Nicht vergessen. Die Po-Muskatur. Ganz einfach. Hier ein. Und jetzt. Homoskatur. Genauso. Wie. Außenschädchen. Genauso. Wie. Der Innenschädchen. Die Maschine lässt jetzt keine Wünsche übrig. Finlo Maximum. FT1. Bei mir. Zur Benutzung für meine Pörsen Trainingskunden. Die kommen in den Genutz. An den Maschinen zu probieren. Von Finlo Maximum. Ähm. Ja. Es ist natürlich auch mein Ausstellungsraum. Das heißt. Sie jederzeit vorbeikommen können. Und können natürlich auch die Geräte mal testen. Ausprobieren. Mal Probe Training dran machen. Und können gucken ob diese Station für Sie in Frage kommt. Das war's für heute. Demnächst kommt die nächste Station. Das wird dann von Finlo Maximum die M4 sein. Auch eine sehr sehr interessante Maschine. Die steht auch hier in meinem Trainingsbereich. Werde ich auch in Kürze vorführen. Das war's. Andreas Dienbacher. Pörsen Trainings aus Karlsruhe. Herzen Fitness in Karlsruhe. Ihre Fitness. Meine Aufgabe. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020